Mein Name ist Ami Bosa-Argatama. Ich bin Berufsschullehrerin und habe von hier aus während der letzten 10 Wochen unterrichtet. Ich bin auch Präsidentin der SVP-Matte. Sorgen machen wir unsere wirtschaftliche Zukunft. Der Lockdown hinterlässt Spuren. Gestern bin ich doch von Mathe nach Hinterlaken spaziert und musste feststellen, dass mein Schulladenkonkurs ist und auch zwei andere Gastgewerbebetriebe ihre Tore nicht mehr öffnen werden. Was passiert mit den Arbeitenden? Die Arbeitlosigkeit steigt. Wenn man vergleicht zum Vorjahr, haben wir im Mai eine 50%ige Steigerung. Trotzdem, Bundesrat und Parlament weiblen gegen die Begrenzungsinitiativen. Sie haben eine Entlassungsrente dafür gebastelt. So kann man jetzt Ältere noch einfacher entlassen und durch billige Arbeitskräfte aus dem EU-Raum ersetzen. Liebe Schweizerinnen und Schweizer, lasst euch nicht überdölpeln lassen. Wir wollen Arbeit statt Rente. Und darum am 27. September ein überzeugtes Ja zur Begrenzungsinitiative. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen. Stimmen Sie Ja zur Begrenzungsinitiative.